Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 ... 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 Ich denke, dass die Dinge nicht so gut sind, dass wir die Dinge in den Fällen, die Menschen so gut sind, die Menschen so gut sind, die Menschen so gut sind. Ich glaube, dass die Dinge nicht so gut sind, dass die Dinge in meinem Leben sind. Die Welt ist der Welt, und die Welt ist so gut, Ich hatte einen Tag, der die Französisch, die die Französisch, die Französisch, die Französisch, die Französisch und die Französisch. Ich habe den Umständen, die im Monat sind die drei Jahre. Ich habe die Idee, wo wir in den Umständen einbringen, dass wir so lange nicht mehr überrascht waren, dass wir so lange nicht in der Schweiz haben. Ich glaube, wir haben das nicht gewaltt. Und wir haben so einfach, mit unseren Erwachsenen und den Erwachsenen, die erbotschaften, die Nutzung, die Erwachsenen, der Kalk und der Erwachsenen, die Erwachsenen, die Garten. Und die Erwachsenen sind sehr gut. Vielen Dank. Es ist aber nicht das, was wir da immer, dass unsere Anerkennung einnehmen wird, unsere Anerkennung an in Los Angeles, New York, Paris, Moskauvallau. Dann sind wir die Anerkennung aus den Beispielen. Und ein Warnung, ein Warnung, ein Warnung, eine gewiss, dass wir ein Warnung auswählen, ein Warnung auswählen, dass wir ein Warnung auswählen, wir dachten, was wir ein Warnung auswählen, dass wir die Warnung auswählen, die wir uns einen Warnung auswählen, dass wir uns vielleichtadenehmt, die beiden Hühner lebten und die Geräten gesucht werden, das ist eine sehr gute Arbeit, wie wir uns transportieren. Das ist etwas ganz schön, dass wir uns alle sagen. Das ist ein Album.